Ah ne Moment, wir wollten auf die 1000 sparen. Da war ja was, da war ja was. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, ich bin echt glücklich, dass ich mich dafür entschieden habe, doch nochmal den Pullover überzuziehen. Weil es gibt Tage, da streame ich in Tanktop oder so und ich glaube, ich hätte Ärger bekommen dafür. Zu viel Haut, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wir hatten schon uns alles angeguckt. Wir hatten auch schon mit allen geredet. Unseren Wurfi-Wurf können wir nicht streicheln gehen, weil er ist nicht da. Ich habe das Gefühl, ich bin dunkler als vorher. Ja. Ja. Hm. Uh, nope. Ihr habt das Gefühl, ich sollte damit nicht rumspielen. Wir spielen mal damit lieber nicht rum. Wir spielen mal damit lieber nicht rum. Because I don't know. Ich muss mir das genauer angucken. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Weil vorher, wie gesagt, vorher war es super einfach, die Workcam einzustellen. Ich musste einfach nur zwei Knäppchen drücken und ich war glücklich. Jetzt sind da, weiß ich nicht, wie viele Auswahlmöglichkeiten. Weird. It's weird. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Come die again. Let's go. Okay. I'm feeling tough. Let's have a look here. Hmm. Should come and useful. You and me. Let's have a look here. Enough. Look, man, I am feeling generous right now. Know what I mean? And so he's something extra potent for you. Ought to keep you going for a while longer than you're used to there. Who should I get this to? Let's have a look here. Excellent. Nice. Okay. Okay. What? Ich weiß nicht, ob es gut wird und ich weiß nicht, ob es hinbekommen wird, aber ich werde versuchen, ein neues Emody zu machen. Ich bin ja mal gespannt, ob es überhaupt irgendwas wird oder ob es die dünnste Idee überhaupt ist, dass ich das selber machen möchte. Aber ich würde überlegen, was zu tun. Und ich werde morgen Halloween-mäßig dekorieren. Es ist dann der Zeit. Es ist an der Zeit. Für Halloween-Deko. Ich werde das was ich. Ich werde das ein Warnungs-Deko. Ich werde das ein Warnungs-Deko. Ich werde das ein Warnungs-Deko. Ich werde das ¡schüss! Ich werde das geben! Ich werde das nicht groß. Es ist an der Zeit Halloween-Deko und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir haben genug Money-Money, jetzt fein. Ich bin gespannt. Ich habe keine Wahl. Nice Okay, let's say we're settled up now, so I can go on being best mates, just like before, yeah? Cheers to that. I took care of those for you, mate. I'll pay for that. Hmm. I have to be honest with you. She's psycho? And the only thing I can say is Murdered? Aber, sie hat einen verdammt coolen Song. Find' sie nicht. Die Chamber. Das war's für heute. Entschuldigung, ich hab grad zu schnell gedrucken und es ist ein falsches Rohr reingegangen. Das ist eindeutig ins falsche Rohr reingeflutscht. Eindeutig. Moving on. Up we go. Heute ist irgendwie nicht so mein Tag bisher. Das ist fein. Das ist fein. Das ist fein. Wenn mein Internet vielleicht wieder nicht funktionieren würde. Ich war schon traurig. Aber es scheint alles okay zu sein. Und von da her. Das ist glowy, ich gues. 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 Was haben wir mit den Schlüsseln gekauft, weil wir so wenige haben? Das wird schwören, denn wir hätten mehr gehabt. Das ist glowy, ich gues. Das ist glowy, ich gues. Das ist glowy. Das ist glowy. Das ist glowy. Das ist glowy... Ich gues. Die Macht der Gottes. Wer ist eigentlich das Mädchen? Ich meine, ich weiß, dass der Panda-Bär sein Zeichen ist, sozusagen. Aber wer ist das Mädchen? Hi. He sings it beautifully around the house sometimes. It has a sadder sound to it than when you sing, but you've inspired him again, as you've done many times before, from what I know. Ah, so it's a hit, is what you're saying then. I had a feeling about that one. Sometimes you put some words together, and right then and there you know you've got something special. Hm. Here, enjoy. So good. Bye now. Hmm. Here goes nothing. Here goes nothing. And there's no power. There are no power. See, there's no power. Please. Everybody are hungry. Let's go. Maybe. Help me. Yes. Come. Nice. Untertitelung. BR 2018 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 Er hat es genommen und es ohne zu meckern! Das nächste ist verschlossen! What? No! Oh! Kinder! Warum ist deine nächste Aufgabe verschlossen? What am I supposed to do? Hier ist die Fee! Oh mein! Hydra, wir kommen! Was soll ich tun? So sad! Warum ist das nächste von ihm verschlossen? Levelver Job Webmarsch Rangel! Besonders, meine Aufgabe zu betrachten! Etwas, was für ein Wohnmarschuk? Ich gehe in die Schwarze, es war´s nicht der selbe. Da ist alles gut. Was soll ich hier? Es ist nicht der Momente, als die Schwarze Stangemarschuk. Oh nein. Was soll ich auf den Schwarze Stangemarschuk? Unsere Schwarze Stangemarsch. Aber hier ist es nur die Schwarze Stangemarsch. Es war echt gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Well, well, well Dann müssen wir gucken, was wir dafür machen müssen Wir müssen irgendwas dafür freischalten Die Frage ist nur was. 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 Hmm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Die sind so viel dunkler eingestellt als vorher. Meine ganze Gesichtshälfte hier ist so viel dunkler als die hier. Meine Cam ist so komisch. Ich meine, wir können ja minimalistisch heller machen, aber... Egal. Egal. Ich werde mich nicht mehr dran stören lassen. It's fine. I'm fine. We're fine. Gibt es hier drin jetzt irgendetwas zu tun? I don't know. There he is! Okay, Moment. Wem ist auch jetzt... If I don't patch your other heads, don't bite my arm off. Deal? Love you. Boy. You've been admitting him, Thanatos. Behind my back. Betrayal. I would ask you why. Well... Uh-oh. No. No. My lord, he and I... Please, go lock me up in Tartarus or deal whichever justice you see fit, but... My loyalty is not subject to change. My loyalty is not subject to change. And I cannot stand by and watch you fight. The matter between you and Zagreus... There has to be some resolution here. The matter between you and Zagreus... You dare to lecture me. My loyal subjects are too few of late, I think. This is your realm, not mine. I'll not cast you into that wretched pit. It's not like I have someone to replace you here besides. Now then, be gone. No! I'm deeply sorry, lord. Hier, Junge, nur so lange wie ein von deinen drei Heads nutzt diese Päts. Vielleicht hast du etwas mehr günstiger nächstes Mal. Oh, I'm sad, no. How very understandable indeed. Were I to have been failed to be rescued from the depths of hell, mere moments from escape, I too would be quite cross with my attempted rescuer. And for quite some time. I'm working on it, mate. Next, all you've done to help me with the Olympians, the Mira, the house contractor, I... I worry that if father were to know that he would turn his wrath upon you, I don't want anything to happen. You need not fear for me, my child. For I am not some underling your father has authority to punish if it pleases him. I am the knight, and it is by my grace that this house stands. Your father knows this. Thus, he and I have certain common goals. We are obligated to cooperate. Then, if there's really nothing he can do, why go along with his deception? About my birth mother, I mean. Please, that is something I am not at liberty to say. When you meet your birth mother eventually, you shall understand. Ah, alright. Ah, alright. Ah... Er wurde angemeckert wegen uns. I feel that. Secrets of the Twin Fests. Done and done. Whoops. I'll destroy you. Good, come on in. Destroyed as promised. Not once has your Lord Father thanked me for delivering vast portions of his clientele. Surely you shall be more grateful for my gifts. Hmm. I'm not sure you're going to save this part. What is your Lord Father? I need to fix my Lord Father. I can't tell you. Honestly, I can't give up. Das war's. Das hat mir jetzt aber nicht verraten, was ich machen muss, um ihn wiederzusehen. Das war's. 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 Nice. Nice. Very good, 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 good. Good, 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 good. Die Asphidale Meadows. Ich bin nicht in meine Richtung. Du verstehst dich gut mit Sanathos, stimmt's? Ich liebe ihn, ja. Ich liebe ihn. 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 Okay. Das war's. Das war's. Gehen wir zu Poseidon, weil warum nicht? Oh Gott, ich liebe Snakes. Das war's. 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 Das war's.